Hallo ihr Hübschen! Die Sonne blendet! Ah! Es blendet hier alles! Es ist so hell draußen. Das ist jetzt hier die 365 besten Channel im Juli. Und die anderen YouTuber stehen alle unten. Die hab ich alle da unten verlinkt. Und ich hab mir heute mal einen Schopf gemacht. Sieht ein bisschen blöd aus. Egal. Mal ausprobieren. Ist auch ganz schön lang geworden. Juli! Ja, Juli ist vorbei. Und es ist immer noch so warm. Zumindest bei mir. Erstens. Warst du heute alleine? Ne, ich bin noch nie alleine. Wenn ich einen Hund hab, bin ich doch immer zu zweit. Zweitens. Wer war die letzte Person, die du heute gesehen hast? Mein Schatzi. Drittens. Was solltest du... Was solltest du gehen lassen? Was sollte ich gehen lassen? Meine jetzige hier Wohnung. Viertens. Auf welchen Film freust du dich? Auf welchen Film freu ich mich? Eigentlich freu ich mich auf den einen Film, der schon im Kino gelaufen ist im April. Wie heißt der denn nochmal? Irgendwas mit unsterblich. Die Seele ist unsterblich. Irgendwie so. Ich muss nochmal nachgucken. Fünftens. Ich kann einfach nicht diesen Pickel mehr sehen. Sechstens. Wer hat dir heute geschrieben? Per Post, per E-Mail, per WhatsApp, per Facebook Messenger, per... was weiß ich? Keine Ahnung. Also ich habe keine Post gekriegt. Und keine Ahnung. Also, ne. Siebtens. Hast du mal Lotto gespielt? Ja, Leute. Im Januar oder Februar habe ich sogar 25 Euro gewonnen. Oh. Hätte ich mal nicht gesagt, ne? Achtens. Etwas Lustiges passiert auf dem Weg zu... Pfff. Keine Ahnung. Ist nichts Lustiges passiert. Neuntens. Nenne etwas, was du wegwerfen solltest, aber einfach nicht kannst. Das Papier hier. Weil das Ganze ist ja noch nicht vorbei mit diesen Channels. So. Zehntens. Was passierte neulich, das dich stolz auf dich machte? Das kann ich so nicht sagen, Leute. Fällt mir nichts mehr ein. Ich habe zwar so viele Gedanken, Leute, aber das ist gerade nicht so. Elftens. Wen hast du heute am häufigsten gesehen? Mich. Haha. Zwölftens. Wer inspiriert dich? Oh, das sind so viele Leute. Eigentlich, ihr könnt mich alle immer so inspirieren. Die ganzen Videos, die so bei YouTube sind. Bücher inspirieren mich. Ach, was weiß ich. Alles mögliche. Die Natur inspiriert mich. 13. Wie viel Benzin benötigst du für 100 Kilometer? Keine Ahnung. Ich gucke nicht drauf. Also ich tanke voll und fahre einfach. Zumindest wenn ich ein Auto habe, ne? So. 14. Was war dein heutiges Horoskop? Traf es auf dich zu? Leute, ich lese kein Horoskop. Also... Und ob es auf mich zugetroffen war, kann ich auch nicht sagen. Weil erstens lese ich im Internet kein Horoskop und auch in keine Zeitschrift mehr ein Horoskop. Ich habe mal ein Horoskop gelesen, zumindest als Kind und Jugendliche. Da habe ich immer das Horoskop von der Prisma, also diese Dings Zeitschrift, diese TV Zeitschrift gelesen. Und dann habe ich auch halt immer diese... Also wenn ich da halt so Serien geguckt habe, habe ich immer so ausgeschnitten meine Lieblingsserien und habe das irgendwo eingeklebt. So, ja. 15. Wovor hast du am meisten Angst? Äh... Manchmal von mir selbst. So. 16. Was ist das Größte, das du vor hast? Ein Umzug? Aber so groß ist das ja auch nicht. Wenn ich die ganzen Möbel hier verkauft habe und so. Oder weg habe. Nur noch ein paar Kisten. 17. Was hast du heute erreicht? Ähm... Genügend Wasser getrunken zu haben. So. 18. Verhältst du dich deinem Alter entsprechend? Nee, warum denn? Erstens bin ich gerne Kind und zweitens bin ich auch zwischendurch mal Diva oder sonst was. Keine Ahnung. Pfff. Oder einfach nur Anja. Ist ja so schlimm. So. Ist doch einfach Alter. Ist doch Alter. Ist doch egal. Guck mal wie jung ich überhaupt aussehe. Ich bin doch nicht 120. Da kann ich dann vielleicht sagen, ich bin dann... Naja, ist egal. 19. Wie voll war dein Tag heute? Wie voll war dein Tag heute? Leute, was ist das für eine Frage? Voll. Toll war der. Mein Tag war heute toll, aber nicht voll. So. Was brachte dich heute in Eile? Hm, nichts. 21. Was ist deine Adresse? Ja, Postfach. Da könnt ihr gerne mir eigentlich was schreiben. Da ist alles auch unten verlinkt in diesem Video. Da könnt ihr mir schreiben. Aber hier gebe ich keine Adresse. Was für eine Adresse denn? Wollt ihr vor meiner Tür stehen oder was? Da habe ich genug von, Leute. Die Nachbarn stehen auch ständig vor der Tür. Da reicht man. Das reicht, Leute. Das reicht, wenn die Nachbarn vor der Tür stehen. Ehrlich. 22. Wovon wünschst du dir, dass es weniger davon auf der Welt geben sollte? 23. Plastik, meine Lieben. Plastik und überhaupt Müll. Den ist überhaupt... Wir haben so viel Müll, Leute. Ob Plastik oder Papiermüll. Es ist einfach zu viel Müll da. Wer hat diesen Müll einfach erfunden? Ich meine, es ist ja sehr schön, wenn es Verpackungsmaterial und sonst was gibt. Aber man sollte jetzt auch mal endlich mal aufhören damit und darüber nachdenken, was man überhaupt in die Zukunft da noch fabriziert. Also, wie ich mal gesagt habe in irgendeinem Video, ich würde mir wünschen, dass alle Sachen, die es so gibt zu kaufen, die irgendeine Verpackung wirklich brauchen, warum auch immer, weil es irgendwie so ein Schmierkäse oder sonst was ist, dass es das in Gläser gibt, Leute. In so Gläser, die Mehrwertgläser, ne? Genauso wie Mehrwertglas, Shampoo oder was auch immer. So. Nur mal meine Idee dazu und mein... Das ist ja für die ganze Welt, sozusagen. 23. Was stoppt dich? Manchmal mein Kopf. Aber ich bin froh, dass ich nur einen Pickel habe und keinen Kopf weh. So. 24. Was waren deine Pflichten heute? Meine Pflichten sind täglich drei bis vier Mal mit den Hund Gassi gehen. Oder mit den Hunden. So. 25. Was war das letzte, das dich zum Lachen bewegt hat? Irgendein interessantes, lustiges Video, Leute. Das aber nicht bei YouTube gab, sondern das ich irgendwann mal per WhatsApp geschickt bekommen habe. 26. Mit wem hast du zu Abend gegessen? Mit mein Schatzi, aber eigentlich ist ja noch kein Abend, aber ist egal. Ich esse immer mit mein Schatzi zu Abend, wenn wir dann zu Abend essen und zusammen sind. 27. Wie hast du die Welt heute verändert? Vielleicht mit diesem Video hier irgendeine Veränderung. 28. Was ist der eine Gegenstand, den du immer mitnimmst? Die gefundenen Geldstücke. Das sind ganz viele, ganz viele Gegenstände, die ich aber immer mitnehme. In meine Hosentasche. 29. Das letzte Geschenk, das ich bekommen habe, war... Keine Ahnung. Schon lange her. 30. Was hat dich heute motiviert? Die Sonne und mein Hund. Wenn ich nämlich nicht aufstehe, springt der aufs Bett und springt auf mich drauf rum. Da muss... Das ist dann Motivation pur, Leute. 31. Wer ist dein verrücktes... der Freund? Ich bin mein eigener verrücktes... äh... verrücktes... der... Freund... Freundin. So viel dazu. So, das war's dann wieder mal. Ich wünsche eine schöne Zeit und beim nächsten Mal ist August. Augustus kommt. Bis zum nächsten Mal. Achso. Und lasst euch nur gut gehen. Ciao. 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 Ciao.